Ich frage mich auch, wie die einen in den anderen Stock kommen. Ich würde gerne den 69. Stock zu Fuß stellen. Ich weiß ja, was in einem Gebäude ist, ob Büros oder irgendwo, aber die haben mit Sicherheit einen anderen Eingang. Und deswegen auch alle aufziehen. Die Besucher sind gerade ganz in die Grenzen. Oh, meine Flasche. Papa wurde angepiekst. Die hätte ja auch gesagt, der hinten doch durch, der kommt. Oh, guck mal, dann hätte er ja... Nee, denkt man, die gerade auch. Und so einen schicken Busenknopf habe ich auch.